Montage, Formbau, Bewährungsbau, Betonkosmetik. Es gibt Projekte, die sind so spannend, die machen wirklich Spaß daran zu arbeiten. Was mich an meiner täglichen Arbeit begeistert, ist Selbstbestätigung. Mein Name ist Niklas Cabrov, ich bin Stahlbetonbauer bei der Firma Rekas. Das Besondere bei der Arbeit bei Rekas ist, man sieht viel, man macht nicht immer dasselbe. Man sieht wirklich spezielle Sachen, die du in anderen Unternehmen so vielleicht nicht sehen würdest, wie zum Beispiel Tunnelbau oder sehr große Baustellen. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen in drei Worten, zuverlässig, nett und zuvorkommend. Du willst was bewegen? Dann komm in unser Team!